okay okay ist es zurück er war das jetzt ja alles hier 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 ich bin dann immer weiter hat die ums Regierung ich bin es beim ich bin es beim Waffenlager alle das nächste Reden die Luftjahre in der daneben steht es schlecht Korn ist in der Leiter was er hat sich in der perfekte Sicht auf dem Baller Klammer und man ruhigen jetzt kannst du oder wie Geist alter wie Geist das ist alles zerstört und du hast das Ziel ist es selbst müssen es machen Du hast den Zivilisten kaputt gemacht und das Haus zerstört. Nicht schlecht. Okay, ähm, ich muss ja ganz kurz auf noch mal eine Pause machen, bis gleich. Okay. Willkommen zurück. Okay, jetzt müssen wir uns sehr auch verteidigen. Das ist natürlich eine geile Aufgabe. Wieso blute ich? Ich hatte eine mördermäßige Monsterwunder an... Mördermäßige Monsterwunder. Das ist ein geileres Wort. Äh, da drüben hockt einer. Da drüben hockt einer laut Karte. Da hinten. In dem Haus. Ja, pass auf, Alex. Den hab ich vor uns auch schon. Der ist da von uns auch irgendwo. Hab ich an die Chance, glaube ich. Ich hatte den sogar gerade. Ich seh den aber nicht. Deine Besatz. Ja, jetzt hab ich den. Tot. Okay. Ich dachte nur gerade, dass wir ein Zivilist, weil das von hinten so scheiße aussah. Aber das war ein Gegner. Wo sind die Gegners? Ja, mit einer Lee and Field. Lee and Field, sorry. Wo? Wo, 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 wo? Um 8. Um 8, um 8, um 8, um 8. Wo? ich will nicht müssen wir die Oren da oben ich hab was gesehen das ist aber ziemlich bei den Häusern über das ist das ist nein nicht dahinten er war direkt jetzt kommt Parallel zu bei dem Haus da es jemand gerannt hinter den Häusern wenn es Richtung um 200 Grad das war ein Spann und das vielleicht gewesen sein das ist das ist die Frau das ist das ist ja eine Frau oder ich glaub das war ein Zivilisten weil das eine Frau die da hockt ganz sicher? ne eben nicht ich trau mich von oben machen ja ist eine Frau ist eine Frau ich hab mit dem Rangefinder angesogen aber ich sehe auch keinen auf der Karte ist nicht mal einer und ich brüte wie ein Schwein hat die Frau sich eh hingesetzt? das kann wie geil die sich jetzt gesetzt hat jetzt rennen sie wieder weg von mir ich mach doch nichts außer schießen das ist getroffen auch ich hab den Zivilisten getötet ja Frau Stimmler das ist trauern ich sehe ich gar nicht ehrlich das Klo macht sie alle die Rennen über die Straße und schmeißen sie ständig hin du machst die alle noch zu Taliban an ich sehe die Fangen sie noch an zu bewaffnen stellt man die Frau vor keine Waffung aber Klaus Dore hat bei den Sprengenhaus das ist ja man wusste wer geschehen muss bei den kaputten Haus von der Klaus Dore drücken habe ich natürlich gemacht dass es nichts passiert es kommt keiner mehr Militär in den Enfield Stegen Stegen Repel der Anime-Attack ich beham hatten das hast du ne Uhr? haben wir ne Uhr? ja haben wir bis um 7 müssen wir aushalten wir haben sie jetzt um ich frage mich wo die anderen Leute sind die Ränder hinzu rum um 6 Alter wir müssen bis um 7 aushalten Leute um 7.28 oder? oder? nee wir haben 7.28 Repel der Anime-Attack bravo 6 reports to the world I want to see me in the village 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 wenn die Uhr Opfer schönen Tags ich glaub Defend Yourself ist Schwachsinn weil wir genauso die andere Aufgaben machen können die wäre in wo müssen wir da hin? Kusher achso die haben wir ja schon wo kommen die jetzt hier nach Gegners? äh wo ist denn die Gegners? good morning ja guten Tag bist du bei mir? zieh ich jetzt Sivilisten mein Gott mein Englisch war ist auch nicht mehr das was mal war wenn es mal was war dann 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 Warsauwurm history gegen die Stadt noch nicht mehr was wir machen und meine Gegner seltsam er kann die ganzen ziel ist hier er hat ja schon Straub wenn die dann durch die Bekloppt durch die Kante Morgon der Stecklein Euro mit so weiter heute steht als Garno der Leckes Wurst also das Fertz Sende Loll Wo brauchst du Hilfe? Fahr mal dahinter zu den anderen beiden Automatic Rifle Achso, das ist der Guten Abend, Sir Kann ich mit dem was machen Kann die Zivilisten, kann man nicht irgendwie DAKES DADI Ich hab's gesehen DAS 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 weil er sich in Tränen sind Mensch und sind nicht das ein Grunde dran der andere bist du das sind auch zwei Jahr warum können die nicht kommen aber ihr beiden Matic das Automatik Reifmann vielleicht weil er alles voll ist alle ist alles leer Alter hinter mir sitzen üblich blutverschmieter Typ der ist so was von abkommt jetzt geht's so ich müsste jetzt alle reingehen machen sie nicht so ich dich wo geht sie jetzt hin jetzt holen die ab oder warte mal lass dir mal kurz vielleicht jetzt kommen sie raus jetzt kommen sie raus jetzt gehen sie weg gehen sie weg so manchmal jetzt mach ich noch mal wie geil ist das Wort ich habe ich habe geschossen k k k k als erwischt sich anordnet von Garner der eine Nacht und der schwarze nicht das ist frei ihr kommt jünger macht das tatsächlich genau das tut es erst mal und drei was jetzt Prozent der Sitz erfahrt sich schon lange was dann kam jetzt erst mal auch ach so sehr gefahrt der Fertigte um er ist erst einmal mehr damit alle solche Bombe gewöhnt das ist wenn es war es in der Luft in der Sitzung du hast ja oder da hat jetzt sind alle einstiegen oder die A8 muss auch nicht rein der Verbreitung es ist der Teilnahme und 30 Sekunden der Asche Zeit abzupfen alle gemacht mach mal schnell naja aber ich bin nicht wahr war oder war das hier ist aber okay aber st hat er kommerein bis heute nein ich weiß ich bin ein welches bis zu dem nicht sagt er ist doch gleich das schaum uns mal an das schauspiel wie lang sind 30 Sekunden na 30 Sekunden sind nicht viel äh viel da sieht man nur eine Staubwolke Halt Jump Oh fuck Oh ich kann nicht mehr bremsen Alex Halt an Halt an als die Karte ist voll Oh ich lege da nicht Geh mal als Garner Bist du? Jo Ok Jump Juhu Loll scheiße Fuck Alter ich komm nicht mehr offen Wir kommen nicht mehr aufm Dach Äh aufm Dach runter Wir kommen nie wieder aufm Dach runter Stanley Scheiße Ich komm da nicht Wir kommen da nicht mehr runter Stanley Was wollen wir jetzt machen Ich komm da nicht mehr aufm Dach Komm wir ballern ihn ab Warte ich hab meine Dragon Shit Also ich muss erst sagen dass alle ausstrecken sollen Seht ihr schon alle da draußen? Warte Ok, jetzt machen wir alle dahin ab. Aber einer ist noch dran, ja? Der hat Pech. Okay. Wow, fuck! Du wirst mir sagen, das Ding ist nicht im Arsch. Einer ist tot. Aus meinem Bataillon. Hä? Stimmt überhaupt nicht. Ich wäre tatsächlich in der anderen Fall gewesen. Bist du die zwei, Alex? Äh, was, ich konnte nicht. Meiner hat gerade Samoel Help Me gesagt und da hat der Maddy Man, das ist nämlich die zwei, hat gesagt, Baiting, aber der Macht nicht. Soll ich mich mal verarzen? Nein, nee, wollte ich gar nicht. Naja. Zum Gedenken an diesen tapferen Soldaten, der starb, weil er ein total dämlicher, äh... Alter. Ich schieße mal die Zivilisten mit Granaten ab. Wumms, in der Luft explodiert. Na, verschwenden wir mal ein bisschen Munition. Nein! Was soll mir denn hier noch macken? Was soll mir denn hier noch macken? Fuck! Was hast du gemacht? Gerade auf den Madding Man geschossen. Dumm, Zivis. Na toll, ich hab's alle meine Muni verballert hier. Also... Bring mal ein bisschen... Bring mal ein bisschen Farbe ins Spiel hier, ne? Wollen wir Zivilistentreffen machen? Mach ich schon. Da auf der Straße. Ha, wie geil der sich hinhauert. Gauert. Die Auge kauert sich hin. Aber das wird ja nichts mit hin. Alter! Ich bin tot. Ne, ich nicht. Bist du bekloppt? Ja, ich bin tot. Bist du blöd? Alter! Da killt er mich einfach mal. Ja, du hast es ja noch ja. Ja, ich mein, jetzt hörst du mir, jetzt hörst du mir, jetzt hörst du mir. Ja, natürlich, aber ich bleibe dich jetzt trotzdem, ob wenn du widerstehst. Nein! Was ist der Wetter-Vorgast? Weil, da dreht sich gar nicht mehr um. Weil, da dreht sich gar nicht mehr um. Du siehst, der macht jetzt hier nur noch letzte Sterbehilfe, oder was? Kann sein, ja. Somebody help me. Puh. Das ist mein einfach gekält, ich bin so enttäuscht in dir. Weißte was, ich versatze es aber mal ein Todesschuss. LOL Du bist so, du bist so ein unerter Typ, weißt du, du killst mich, aber ich darf dich nicht kennen. Okay, das war's mit dem Let's Play Arma 2. Sag aber, du Tagestan, bestimmt Tagestan war's jetzt, ne? Ja, stimmt, die Typen hießen hier auch Tagestani. Äh, ja, dann sieht man sich in der nächsten Folge. Bis dann, denn...